Liebe Freunde, ich ist euer Steinwallen zurück in Lübeck 1663 und Jeremias Adler, der steht vor einer schwierigen Entscheidung. Nach dieser doch bitteren Niederlage hier in Rostock ist die Frage, ist der Moment für Friedensverhandlungen gekommen? Und vielleicht sollten wir uns nochmal zurück besinnen, was eigentlich hier unser wirkliches Ziel in diesem Konflikt immer gewesen ist. Und das Ziel ist es doch, dass wir unsere Vasallen, unsere rechtmäßigen Vasallen Sachsen-Launburg und Mecklenburg aus den Fängen, aus der Instrumentalisierung der Niederlande herausbekommen. Und ich denke, wenn uns das gelingen könnte, dann sollten wir zufrieden sein. Wir haben im Moment noch einen positiven Kriegsstand. Wir gucken jetzt mal. Das Problem ist, also wenn wir jetzt einen weißen Frieden machen, dann haben wir einen Teil des Ganzen erreicht. Aber das Bündnis von Sachsen-Launburg und den Niederlanden, das bleibt ja erhalten und das müssen wir irgendwie noch annulliert kriegen. Weil ansonsten haben wir nicht viel gewonnen. Ansonsten zählt durch das Bündnis die Macht der Niederlande wieder für Sachsen-Launburg, für das Unabhängigkeitsbestreben. Und dann sind wir im Prinzip keinen großen Schritt weitergekommen. So, wenn wir aber das Bündnis hier annullieren wollen, dann brauchen wir noch mehr Kriegsstand. Und schaut mal, das ist sauknapp. 39 und minus 40. Jetzt ist die Frage, wie erreichen wir möglichst noch mehr Kriegsstand? Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass wir hier unsere Flotte mal rausschicken. Und eine kurze Zeit hier eine Belagerung von, eine Abriegelung von Rostock irgendwie organisieren. Und dann haben wir vielleicht den Kriegsstand. Das wäre jetzt wirklich ein Versuch wert. Was ist passiert hier? Dänemark hat Mecklenburg als Rivalen bestimmt. Russland hat Frankreich als Rivalen bestimmt. Auch gut. So, und jetzt ist die Frage. Ja, jetzt haben wir 16 und jetzt bin ich gespannt. Jawohl, Leute. Es gelingt. Es gelingt. Wir haben 42 und damit können wir diesen Frieden machen. Das ist hervorragend. Und damit haben wir diesen Krieg gewonnen, obwohl wir die einzige große Schlacht dieses Krieges verloren haben. Aber ein wichtiges Ziel erreicht. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Geld. Viel ist es nicht. 25 immerhin. Und dann senden wir die Forderung und dann machen wir wirklich drei Kreuze. Und hoffen, dass das jetzt auch alles so geht, wie wir uns das überlegt haben. Okay. Erstmal, der Sieg ist unser. 60.000 Verluste auf unserer Seite. Wie viel waren es in Lübeck? 15.000. Naja. Auf gegnerischer Seite 35.000. Davon Sachsen-Lauenburg 6.000. Mecklenburg 10.000. Niederlande 15.000. Ostfriesland hat auch ein paar Verluste. So sieht es aus. So sieht es aus. Okay. Viel Prestige hat das Ganze nicht gebracht. Aber egal. Wir haben jetzt erstmal einen Frieden. Und jetzt bin ich aber sowas von gespannt, wie es dann jetzt hier aussieht mit den Untertanen. Ja. Sie sind unter 50. Sie sind unter 50. Aufgrund allerdings des Modifikators Unabhängigkeitskrieg verloren, der minus 50 Prozent bringt. Die relative Stärke ist aber auch deutlich gesunken. Ich glaube, die war über 200 Prozent durch die Holländer. Insofern ist die Situation deutlich besser. Wir haben jetzt erstmal eine Verschnaufpause. Und mein Plan ist jetzt folgender. Mein Plan ist, dass wir Sachsen-Lauenburg loswerden als Vasallen. Dass wir nur noch Mecklenburg haben und dann aus dieser sicheren Basis heraus vielleicht mit Mecklenburg noch eine Provinz irgendwie Mecklenburg anschließen. Und dann aber endlich wieder einen handlungsfähigen Partner hier haben. Was wir mit Sachsen-Lauenburg machen, weiß ich noch nicht so richtig. Die eine Alternative ist, dass wir ein Bündnis schließen und sie auf diese Art und Weise uns auch irgendwie eng an uns binden. Die andere Alternative wäre, dass wir sie bekriegen und ihnen noch was wegnehmen. So, der Punkt ist aber, wie ist das nochmal, Vasalisierung aufkündigen. Das geht nicht, solange die Vasalisierung durch eine Waffenruhe geschützt wird. Und außerdem brauchen wir das nötige Prestige. Aber das werden wir bis dahin hinkriegen. 1669. Das heißt, in sechs Jahren können wir die Vasalisierung auflösen. Bis dahin wiederum müssen wir diese beiden Werte unter 50% halten. Sonst kommt gleich wieder irgendeiner und unterstützt die Unabhängigkeit unserer Vasal. Also das ist aber auf jeden Fall mal eine tolle, tolle Entwicklung. Gut. Prima. Und jetzt müssen wir erstmal Aufräumarbeiten leisten. Und hier alles ein bisschen sortieren. Wo sind unsere ganzen Einheiten? Die müssen alle mal nach Hause. Alle auf nach Lübeck. Aber im Moment geht es noch nicht, weil der Frieden, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen ist bei den Leuten. Bewegung durch feindliche Festung blockiert. Wir haben keine Feinde mehr. Von welcher Festung spricht ihr? Na, achso. Oh, die sind auch erstmal in der Flucht immer noch. Hier kann noch gar nichts passieren. Okay, dann lasst uns mal bei der Flotte anfangen. Und die erstmal wieder vernünftig aufteilen. Wie wir das haben wollen. Hier die leichten Schiffe. Da kommt unser Admiral dorthin. Und die bekommen wieder die Mission Handelsschutz in Lübeck. Gut. Dann haben wir die Transportflotte. Die kann stillgelegt werden. Außer wir brauchen sie jetzt noch. Aber ich glaube nicht. Das müssten wir so hinkriegen. Und dann haben wir die Großschiffe. Die vier, die kommen zurück nach Lübeck. Und dann legen wir sie auch still. Okay. So, was ist jetzt hier mit unserer Armee los? Die eine befindet sich immer noch auf dem Weg. Da warten wir nochmal, bis die da sind. So, wir können gleich mal die Söldner abspalten und nach Hause schicken. Und die anderen, die können jetzt locker nach Lübeck marschieren. Hervorragend. Gut, das haben wir geklärt. Was ist das noch für eine Armee? Haben wir die nicht mit ausgewählt? Ne, die haben wir nicht mit ausgewählt. Die kann auch gehen. So, was ich übrigens im Krieg total vergessen habe. Und dafür habe ich mich schon gegeißelt, dass wir hier nicht unseren Kriegsfokus aktiviert haben. Das hätte nochmal 10% an Moral gegeben. Sehr ärgerlich. Na gut, jetzt machen wir erstmal Handelsfokus. Damit wir ein bisschen Geld wieder verdienen. Jetzt muss ich mal gucken. Technologie. Da sollten wir jetzt investieren. Nämlich in die Schebecke. Stufe 21. Bringt uns dann jetzt wieder ordentlich Handelseffizienz, weil wir vor der Zeit sind. Ursprünglich von barbaren Korsaren entwickelt war diese Galerie nicht mit so vielen Geschützen bestückt wie eine Galiasse. Sie war jedoch kleiner und weitaus manövrierfähiger. Diese verbesserte Manövrierbarkeit führte zu einer weitaus gesteigerten Effektivität in der Schlacht. Und wir können jetzt den Ruf sabotieren, was eine schöne Sache ist. Was eine schöne Sache ist. Mal gucken, wie wir jetzt diplomatisch überhaupt weiterverfahren. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Okay. Also, hier haben wir erstmal unsere Einheiten. Wir haben ja Manpower. Die lassen wir jetzt mal schnell auffüllen. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele Regimenter können wir jetzt eigentlich haben. Das ist überhaupt nochmal eine gute Frage. Aber erstmal haben wir verbessertes Training. An der Flottenakademie ist eine Stelle für einen neuen Ausbilder frei geworden. Und der Kanzler hat uns gebeten, einen Kursus für die Matrosen vorzuschlagen. In welche Richtung soll der Kursus gehen? So. Naive Enthusiastik. Ich glaube, ja. Ach so. Aber das ist eine inhaltliche Entscheidung. Nicht ob oder ob nicht. Patriotische Pflichten oder Seefahrtskunst. Ich würde mal sagen, das würfeln wir aus. Mal gucken, wie er da so tickt. Und es ist eine 6. Das heißt, Seefahrtskunst und Schiffswartung. Rumpfstärke erhöht sich. Und wir halten Seeleute. Ja, da hätte sich die Moral erhöht. Okay. Gut. Genau. Wir wollten uns jetzt hier ein paar Sachen mal angucken. Wie sieht es aus? 17 von 15. Also, das ist ja okay. Wir brauchen da nicht mal nachbauen, nachrüsten. Ein Schiff haben wir, glaube ich, jetzt sogar eins mehr. Aber das kann erst mal so bleiben. Gut. Wir haben jetzt zu viele Beziehungen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir werden... Jetzt ist überhaupt die Frage diplomatisch. Wie geht es jetzt weiter? Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt erst mal keine Bündnisse. Ich würde gerne das Bündnis mit Preußen erneuern. Das kriegen wir vielleicht hin, indem wir erst mal hier den Militärzugang Schweden aufkündigen. Dann gucken wir mal, wie es jetzt aussieht mit dem Bündnis. Und jetzt... 32 zu 58. Hm. Was ist das Problem? Unsere Armeestärke und das Vertrauen ist gesunken. Kommen wir hier noch mit Beziehungen weiter? Ne, wir sind schon relativ am Maximum. Wir könnten mit Reputation noch ein bisschen aufholen, aber keine... Boah. Keine 26 Punkte. Vielleicht verbessert sich das mit der Armeestärke nochmal. Können wir hier möglicherweise unsere Haltung nochmal definieren. Vielleicht animiert sie das irgendwie langfristig. Also das wäre schon schön, wenn uns das gelingen könnte. Wie sieht es denn jetzt aus? Was haben wir noch hier mit den Beziehungen? Wir haben Pomer in den Militärzugang und Preußen in den Militärzugang. Hm. Also ich glaube, was ist denn jetzt überhaupt... Uns ergibt sich... Also wir bekommen jetzt neue Möglichkeiten. Das muss man schon mal so sagen. Dadurch, dass Mecklenburg jetzt wieder an unserer Seite ist, mit relevanten Armeen dann auch, ist es vorstellbar, dass wir auch andere Formen von Kämpfen führen. Also was natürlich nach wie vor ein Ziel wäre, ist zum Beispiel Ostfriesland hier wieder in die Unabhängigkeit zu bringen. Was auch ein geniales Ziel wäre, wenn es uns gelingen könnte, die Niederlande noch häufiger in solche... In solche Stellvertreterkriege zu zwingen. Und zum Beispiel nacheinander Friesland, Geldern, Utrecht, Holland. Das sind ja alles... Ne, ich meinte Utrecht. Ja, Utrecht. Ja, Utrecht. Die haben ja alle eigene Claims. Das wäre natürlich total genial, wenn wir die befreien könnten und dadurch den Einfluss der Hanse massiv auf den Nordsee-Bereich ausdehnen könnten. Gent ist doch auch... Ne, das ist Brabant. Aber gut, Brabant könnten wir dann wiederbeleben. Wir könnten hier auch noch eine Handelsstadt gründen. Also hier gibt es einige Möglichkeiten und die haben ja hier wirklich hohen Anhandenseinfluss. Und wenn uns das wiederum gelingen könnte, dann hätten wir Zugriff auf die kolonialen Warenströme. Das wäre schon ziemlich genial. Aber das sind jetzt Träumereien. Erstmal alles nacheinander. Aber das sind schon faszinierende Perspektiven. So. Frankfurt-Bündnis mit Niederlande. Da gibt es diesen nächsten Renitenten. Naja, mal sehen. Sowas kann man dann ja wieder schön nutzen. Solche Kriege gegen die Bündnispartner der Holländer. Und ich glaube, beim nächsten Krieg mit den entsprechenden Partnern, wenn das besser vorbereitet ist, könnten wir besser dran sein. So. Jeremias Adlers mögliche Wiederwahl steht an. Es ist, glaube ich, seine erste Wahl. Und ich denke mal, aufgrund dieses wirklich gewisserweise doch im Ergebnis sehr erfolgreichen Feldzuges, zwar die Niederlage in der Schlacht, aber der Sieg im Krieg, bekommt er eine Chance mehr. Das heißt, bis Würfelwurf 4 bleibt er an der Macht. Und ich würfelne 3. Und Jeremias Adler bleibt unser Bürgermeister. Okay, wir verlieren wieder 10 Traditionen, gehen auf 51. Aber ich bin gespannt. Er könnte ein großer werden. Ja, wo bringen wir denn jetzt unsere Gesandten hin? Hm. Wie sieht es jetzt inzwischen in Köln aus? Das sind wir bei minus 47. Quatsch. Köln. Bleibt mal bitte in Köln. Das mit dem Bündnis 4832. Ja. Nee. Diese minus 47, das ist ja das Problem. Gut, dann werden wir erst mal Standardkram machen, würde ich mal sagen. Wir gucken mal, wo wir vielleicht mal hier unsere Meinung, die Meinung von uns verbessern sollten. Ich meinte, als Option können wir ja schon mal einen Diplomaten nach Schweden schicken. Vielleicht ist es ja doch noch eine Option. Im Moment habe ich sie eher abgeschrieben als Partner. Aber wer weiß, Danzig, da müssen wir als nächstes mal vorbeischauen. Und dann haben wir noch Spionagenetzwerk in den Niederlanden. Aber ich glaube, das lassen wir einfach mal so. Und wir werden dann jetzt massiv gegen die vorgehen. Ruf reduzieren und so weiter. Händler diffamieren. All solche schönen Sachen. So, England bekommt kein Land. Die Osmanen haben jetzt Russland als Rivalen bestimmt. Okay, Russland ist jetzt der große Gegner dieser Frankreich-Osmanen-Allianz. Das ist auch interessant. Äh? Osmanen bestimmen Spanien? Oder konnten sie mehrere bestimmen? Wow. Russland, Spanien. Okay. Und Österreich, die haben die Osmanen bestimmt. Hat dann Österreich positive Beziehungen zu Russland? Na gut, aber auch keine negativen. Aber das wäre in der Tat mal ein ernsthaftes Gegenbündnis. Ich sehe gerade, wir können eine Mission wählen. Rekrutenreserve erholen. Ja, ich denke, das sollten wir machen. Sollten wir das versuchen. Sehr schön. So. Gucken wir noch mal ganz kurz auf unsere Untertanen. Das ist jetzt wichtig, ne? Oh, schaut mal. Wir sind auf 26 und 21 gesunken. Weil die relative Stärke gesunken ist. Hm. Und wir sehen allerdings, wir verlieren jetzt Stück für Stück diesen Modifikator. Unabhängigkeitskrieg verloren. Ja, das ist interessant. Das heißt, ich weiß nicht, wie schnell der sinkt. Vielleicht monatlich um 0,1 Prozent, so habe ich das Gefühl. Okay, das könnte dann eine Zeit anhalten. Also toll wäre es, wenn es uns reicht, ach so, wir waren bei Schweden schon wohl voll, wenn es uns reicht, dass das so lange hält, dass wir so lange nicht über die 50 kommen, bis Holstein, bis Sachsen-Lauenburg meine ich, bis wir sie rausschmeißen als Vaseilen. Dann ist es nämlich kein Problem, dann wird der Machtvergleich so eindeutig zu unseren Gunsten ausfallen, dass Mecklenburg kein relevantes Freiheitsbestreben mehr hat, meines Erachtens. Also das wäre wirklich das Ziel. So, wir sind auch schon wieder auf Maximum. Wir müssen mal dringend unsere Ausgaben runterschrauben. Und jetzt sieht es wieder richtig gut aus, auch mit unseren Einnahmen. Ja, da kann man nicht klagen. Sehr schön. Okay, Leute, jetzt schauen wir noch mal hier weiter durch. Technologisch. Ja, wir warten auf die nächste Administrative, aber ich müsste eigentlich, müsste ich die Stabilität erhöhen. 0 ist mir zu unbefriedigend. Oh Gott, aber plus 97 Prozent wegen der fehlenden republikanischen Tradition. Aber was hilft es? Wir müssen es machen. Das kann nicht sein. So, entehrtes Bündnis ist ausgelaufen. Okay, das heißt, unser diplomatischer Ruf sollte sich unsere Reputation mit der Zeit auch wieder erholen. Ja, den können wir noch ein bisschen hochziehen. Und wir müssen mal gucken bei den Beratern. Da hatten wir ja hier was Neues eigentlich. Jetzt brauchen wir wieder die Zweierberater. Ja, wir nehmen Albrecht stets rein. Das ist auf jeden Fall wichtig jetzt für vieles, was wir vorhaben. Und hier möchte ich auch ein Zweier haben. Ja, dann nehmen wir eben die Verstärkungsrate. Verstärkungsrate. Oh, komm, wir schmeißen ihn noch einmal raus. Wir versuchen es noch einmal. Einheitlimit. Okay, das ist okay. Das ist okay, denke ich. Das nehmen wir. Dann können wir unsere Armeestärke noch ein bisschen weiter erhöhen. Wir haben jetzt 16. Dann lasst uns noch ruhig zwei Regimente ausheben. 8, 2, 7 kommen. Dann lasst uns noch eine Kavallerie bauen. Und noch eine Infanterie. Gut, das sollte nämlich auch unsere Position jetzt wieder stärken gegenüber Preußen. Wenn unsere Armeestärke steigt, dann werden wir sicher noch mal nachgucken, wie es da aussieht. So, Köln hat Hessen. Oh Gott, das geht ja immer weiter mit denen. Wahnsinn. Aber, wenn ich mir vorstelle, wir könnten Köln wirklich als Bündnispartner bekommen. Preußen und Köln und dann gegen die Niederlande. Irgendwie, ohne dass die Franzosen mit dabei wären. Das wäre schon eine coole Sache. Wisst ihr was? Dann könnte man nämlich in einem nächsten Krieg es irgendwie hinkriegen. In so einem Stellvertreterkrieg, dass wir als Kriegsziel ausrufen, dass die Niederlande ihre Bündnisse beenden müssen. Das wäre doch gut. Gildenführer konkurrieren mit dem Status der Adligen. In Lübeck hat die Gegenwart der Gilden eine neue Art von Einfluss geschaffen. Sowie eine neue Art einflussreicher Personen. Das Führungspersonal der Gilde von Lübeck wird nicht nur reicher als viele Aristokraten der Provinz, sondern sie haben auch Macht. Und das alles ohne die Familienbande. Vielleicht ist diese Art von Wechsel unvermeidbar. Besonders, wenn man den Charakter unserer Republik bedenkt. Wie dem auch sei, zu diesem Zeitpunkt ist nur eins sicher. Die Adligen in Lübeck haben eine Aversion gegen diese ungehobelten Neureichen und möchten sie von der lokalen politischen Bühne entfernt haben. Also, adelig. Das meint ja hier eigentlich, bei uns sind es ja nicht die Adligen. Aber unser Bürgermeister kam doch, glaube ich, auch aus der Händlerfraktion. Insofern, diese Händler sind ja eigentlich die Patrizier. Eigentlich sind beides die Patrizier. Wir hatten das ja so gesagt, während das die Kriegstreiber unter den Patriziern sind. Insofern, glaube ich, sind die keine Freunde der Gildenmitglieder. Deswegen, wenn sie uns ein paar Gefallen tun können, können wir die Emporkömmlinge außen vor lassen. So, wir verlieren jetzt ein bisschen Macht und bekommen Mannstärke plus 40%. Wow. Okay. Das ist natürlich enorm. Aber nur für eine gewisse Zeit. So, Bayern, Bündnis mit Mainz. Irgendwas Neues. So, und wir gucken mal hier. Was können wir jetzt hier schon machen? Noch nichts. Ruf sabotieren. 60. Aber das haben wir bald. Ich würde mal sagen, das machen wir als nächstes. Einfach nur so. Ohne großen Grund. So, und wir gucken jetzt mal, wie es aussieht in Preußen. Bündnistechnisch. Ob sich die Sache jetzt schon wieder ein bisschen... 37,62. Die Armeestärke, das hat sich verbessert. Aber irgendein anderer Modifikator ist jetzt weg. Wodurch sich das insgesamt nochmal verschlechtert hat. Na gut. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, das war schon eine ganz interessante Sache jetzt in den letzten Jahren, was hier passiert ist. Und wie gesagt, es geben sich ganz neue Konstellationen dadurch. Wir können jetzt auch mit gutem Gewissen jetzt wieder in Mecklenburg zum Beispiel investieren. Gebäude bauen. Vielleicht sogar Entwicklung erhöhen. Das bringt ja übrigens auch reduzierte Freiheitsstärke. Allerdings nur kurzfristig, langfristig erhöht ist hier das Freiheitsbegehren. Das ist auch ein interessanter Mechanismus. Aber schaut mal, die relative Stärke nimmt auch ab. Also das sieht ja schon richtig gut aus hier mit 10 und 17. Wir müssen bedenken, diese 48 Prozent, die sind dann irgendwann weg. Und das heißt, dann sind sie bei 60, 55 und so. Also wir müssen, glaube ich, Sachsen-Laurenburg loswerden. Dabei bleibe ich. Das ist der Plan. Aber Mecklenburg können wir dann sicher noch ein bisschen größer und stärker machen. Ja, sehr schön. Und zusammen haben wir dann doch jetzt schon, nehmen wir an, wir haben nur noch Mecklenburg. Dann sind es immerhin 33.000 Mann, die wir derzeit hier unterhalten. Das ist schon ganz ordentlich für uns. Okay, also die Staffel ist vorüber und ich hatte ja gesagt, ich entscheide von Staffel zu Staffel, ob es weitergeht. Ich glaube, es ist unbestritten, dass sehr viel passiert ist, dass es keinen Grund gibt, jetzt aufzuhören. Und gerade vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja noch interessante Möglichkeiten jetzt haben. Erstmal diese Operation mit Sachsen-Laurenburg und diese neuen Möglichkeiten mit Mecklenburg und so weiter. Also viele interessante Dinge liegen, glaube ich, noch vor Lübeck. Insofern freue ich mich auf die nächste Staffel. Bis dann, macht's gut, euer Steinwald.